Moin und herzlich willkommen zum Suchmaschinen Marketing MOOC. Mein Name ist Erik Horster. Ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten digitales Marketing und Tourismusmanagement. Ich selbst suche natürlich auch im Internet und meistens mache ich das auch über Google. Ich habe aber einen ganz anderen Blick darauf. Und was mir auffällt ist, wenn ich auf eine Anzeige klicke, dann gelange ich nicht immer genau zu der Seite, die auch mein Suchbedürfnis befriedigt. Das heißt, ich habe ja am Anfang irgendwas in die Suchmaske eingegeben und erwarte dann, wenn die Anzeige in einer bestimmten Form formuliert ist, dass sie mich anspricht, dass ich dann, wenn ich draufklicke, auch wo lande, wo ich genau das, was ich gerade recherchiere, auch finden kann. Und das ist aber häufig in der Praxis leider nicht der Fall. Meist wird dann aufgrund der Einfachheit auf die Startseite verwiesen. Das führt aber dann dazu, dass sie sich wieder neu als Suchender orientieren müssen. Das heißt, sie haben Kernelemente, die in einer AdWords-Kampagne beachtet werden müssen und sie müssen diese Elemente miteinander abstimmen. Und wie das funktioniert, das thematisieren wir in diesem Kapitel.